Das und das ist die treibende Kraft, die spirituelle Triebkraft. Liebe Evolutionisten, hinter jeder materiellen Erscheinung steht eine geistige Kraft. Die müsst ihr bedenken, egal wie ihr jetzt geistig definiert. Und ihr beobachtet und seht immer nur die Bewegung, aber nicht deren Ursache. Darum ist es in der Schule auch so langweilig. Das gleiche wie mit Zahlen. Zahlen haben Magie. Das sind monadische, da muss man natürlich aufpassen, in der Schule, wenn man ein kleines Kind überfrachtet und sagt, jeder Zahl ist eine Monade und so weiter. Aber man könnte beginnen mit schon kleinen Kindern, kann man durchs Mikroskop durchgucken lassen und sagen, schau mal hier, da bewegt sich alles. Siehst du jemanden, der da anschiebt? Nö, sehe ich nicht. Aber es muss doch jemand da sein, oder? So kann man mit Kindern diskutieren, versteht ihr? Und kann sie selber auf die Antworten bringen. Siehst du, mein Kind, da gibt es mehr als nur das, was du siehst. Und über dieses mehr erfahren wir, unter anderem durch die Lehre und natürlich dann auch in der Meditation, stellen wir fest, dass wir eben, das hatte ich vorher schon erwähnt, kein Stein sind, keine Pflanze, kein Tier, aber auch kein Mensch. Wir sind doch nicht der menschliche Körper, aber wenn wir in der Meditation alles abschalten, was so dem menschlichen Körper denn eigen ist, sind wir immer noch da. Also immer empirisch die Sache betrachten und weitergeben. So, und da habe ich gesagt, dass der Individualisierungsprozess bei den Pflanzen langsam ist. Ja? Beziehungsweise, muss mich korrigieren, bei den Mineralien ist er sehr, sehr, sehr langsam. Beim Pflanzen auch, aber etwas, etwas mehr, etwas schneller. Da findet ein Individualisierungsprozess wirklich statt. Bei den Pflanzen fängt er an, entwickelt sich weiter in den Tieren und dann hin bis zum Menschen. Ja? Wobei man dann natürlich sagen muss, meine Lieben, man empfindet, zum Beispiel, oh je, jetzt bin ich gewagt. Also, die Monade im Mineral, die hat ja nichts anderes. Sie klammert sich in diesen ersten Bewusstseinszustand daran. Sie will ja da bleiben. Sie will irgendwas ausdrücken. Sie weiß es selber nicht. Und andere klammern sich auch. Aber später wird man ja auch getrennt. Wir erleben ja hier das Gefühl, der getrennt hat. Hier bin ich, da bist du. Und da ist die Lehre wichtig, dass sie sagt, ja, ja, wir haben aber eine vereinigende Quelle. Denn sonst, kann man sagen, ist es sehr gefährlich. Denn an der Wurzel, man kann es nicht wiederholen, Ursache einer jeden kriminellen Handlung, einer jeden Verbrechens, liegt das Gefühl der Getrenntheit. Wenn ich wüsste, dass ich eins mit den anderen bin, würde ich mir nichts tun, würde ich denen nichts tun. Denn ich tue es ja mir. Ich meine, außer von psychopathischen Fällen und Sachen abgesehen, Krankheitszuständen, ich nehme doch jetzt auch nicht mit meiner rechten Hand den Zeigefinger der Linken und reiße ihn mir ab. Warum sollte ich das tun? Ich tue es auch deshalb nicht, weil das eben ein Teil von mir ist. Und so kann man sagen, gerade im Zustand der Getrenntheit ist die Lehre, die Vereinende wichtig, dass wir alle Teile eines Organismus sind und uns deshalb nicht bekämpfen dürfen. Der Zustand ist aber hier geschehen, wir haben tief in die Materie getaucht und je tiefer man taucht in die Materie und je tiefer ist das Gefühl der Getrenntheit und wir haben diesen irren Zustand heute in der Welt, dass sich, wenn man getrennt ist und wenn man dieses Gefühl der Getrenntheit empfindet, dann sieht man im anderen plötzlich den Gegner. So haben sich ja die Menschen auf Erden dann verbreitet. Das ist der wahre Fall der Menschen und haben einander die Kontinente geklaut. Amerikaner haben es den Indianern geklaut und den Mexikanern und sagen jetzt einfach auf dieser Basis, ja das gehört jetzt uns. Das ist die rechtliche Grundlage. Ich meine die meisten Strukturen und Kontinente auf Erden und so weiter, aber auf überhaupt keine rechtlichen Basis, nur auf diesem Begriff, die Macht des Stärkeren. Diese falsche Lehre, die auch von Darwinismus verbreitet wurde, das Karma, Karma ist dann der Lehrer und sagt, nein ihr irrt ihr Lieben. Und durch Leiden, indem wir anderen wehtun, tun wir uns weh. Das ist das Gesetz von Karma und Reinkarnation. Weil das würde gar nicht wirken, meine Lieben, wenn wir nicht ein Organismus wären. Aber wenn ich jemand anderem etwas tue, habe ich es automatisch mir getan. In dem Moment. Gewaltig dieses Gesetz. Kann man den Kindern doch nicht früh genug beibringen. Wir, oder ich zum Beispiel, ich bin nicht mehr lange da, ja. Ich werde vielleicht, weiß nicht wie ich wiederkomme, vielleicht, ja. Ich glaube, ich würde gern wiederkommen, nochmal die Lehre weiter verbreiten, denn wir sehen doch, was geschieht. Wenn wir dieses Wissen nicht verbreiten, schaut euch doch mal um, ja. So, also wir waren beim Individualisierungsprozess der Pflanzen. Der entwickelt sich dann weiter, Tier und dann Menschen, ja. Aber, aber, meine Lieben, sehr wichtig, wenn euch jemand fragt, gehen die organischen Formen dann ineinander über? Ja, das wäre Darwin. Der sagt, die Formen gehen übereinander über. Ein Stein wird eine Pflanze, wird ein Tier, wird ein Mensch sozusagen. Ja, wie denn? Wie soll denn das gehen? Und da haben doch dann ganz klar auch wiederum sogar Materialisten, müssten doch dann sagen, wie bitte? Zeigen Sie mir mal einen Stein, der zur Pflanze wird. Ja, wird Darwin sagen, durch die Millionen von Jahren. Gut, dann will ich die Zwischenstufen sehen. Dann zeigt mir die Zwischenstufen zwischen Stein, Pflanze, Tier, Mensch. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Ja, kann man noch so lange nach einem Übergangsstufe von Affen zum Menschen suchen. Deswegen, man wird die nicht finden, weil man ganz falsch sucht übrigens. Der Mensch und dann vom Mensch zum Affen. Denn der Affe stammt ja vom Menschen ab. Ja? Und da wissen wir dann, ja, diese Stufe wäre dann Sex von Mensch und Tier, zwischen Mensch und Tierformen. Ja? Da könnte man sagen, das ist die Zwischenstufe von Menschen zum Affen. Ja. Aber ansonsten kann man sagen, dass nicht die organischen Formen ineinander übergehen, sondern die ihnen innewohnenden Monaden sind es, die eine Form nach der anderen benutzen, entsprechend dem Lauf der Evolution. Meine Lieben, ganz wichtig, dieser Vorgang, sich nochmal, ich weiß, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesen Wiederholungen, aber das ist ganz wichtig. Nochmal, Mineralreich geht das so. Erst sind die Elementarreiche, in denen sich die Monade entwickelt, dann das Mineralreich, dann das Pflanzenreich. Dann haben wir in diesem Pflanzenreich einen ersten Individualisierungsprozess, der sich weiterentwickelt in den Tieren und dann im Menschen. Aber immer beachten, nicht die organischen Formen gehen ineinander über. Die Reiche sind getrennt, sondern es sind die ihnen innewohnenden Monaden. Und die benutzen eine Form nach der anderen, wo kann man sagen, als Wohnung, nicht wahr, entsprechend im Stand der Evolution. Wenn ihr, lieben Evolutionisten, das so betrachten würdet, dann kann man eure Forschungen ja auch benutzen, aber man sieht dann deren Ursachen und man reiht diese Formen, die ihr euch da jetzt also, die ihr erforscht habt, nicht in der falschen Reihenfolge ein. Und die Formen können während langer Perioden gleichbleiben oder sich nur geringfügig verändern, aber die Evolution, die geistige Evolution darin, mag schon die ganze Zeit weiter voranschreiten. Und wenn nun ein Evolutionist sagt, Mutationen, ja, jetzt stimmt, von Pflanzen oder Tieren treten plötzlich manchmal neue Kombinationen, Mutationen auf. Das, warum ist das so? Was sagt ein Wissenschaftler über Mutationen? Das ist der Drang der Monade, sagt nicht der Wissenschaftler, sagen wir. Das ist die ganz sichtbare Wirkung. Ein monadischer Drang, meine Lieben, dass diese Monade nach einem anderen veränderten Körper verlangt. Und so entsteht die Mutation. Und das bringt sie zum Ausdruck. Das hängt aber zusammen mit der vorhergehenden Evolution. Ja? Dann kommen wieder die Paläontologen, können dann wieder die richtigen Antworten auf ihre Fragen finden. Ja? Denn die Mutationsfrage ist ja in der Paläontologie sehr intensiv. Ja, wo kommen die Mutationen her? Wie kommt das? Ja? Das ist der Drang der Monade. Ein ziemlich radikaler Drang. Der sagt, ich will nicht mehr. Da, drin. Ich will einen neuen, einen anderen Körper. Ja? Verursacht ist die vorhergehende Evolution. Und das ist ja dann der Wissenschaftszweig, wo die Paläontologen eben untersuchen. Wo kommen die Mutationen her? Daher kommen sie. Die selbe treibende Kraft, die überhaupt alle Evolution antreibt, nämlich die Monade. Die Wesenheit selbst. Der göttliche Funken. Das ist so, meine Lieben, als wenn jemand einen Anzug hat und der sagt, ich will den nicht mehr. Ein Kind oder was. Reißt sich den weg und ein paar Fetzen hängen noch rum. Naja, als Beispiel. Also kann man vergleichen mit dem Drang der Monade. Das wäre die Erklärung für Mutationen. Die dann natürlich dem Beschauer sehr seltsam vorkommen. Ja, Kind mit zwei Köpfen. Oder irgendeine pflanzliche, ein pflanzlicher Ausbruch. Oh, das gibt es noch nicht. Oder ein Tier, das man noch nie gesehen hat. Was ist denn das? Das ist eine Monade, die, sagen wir mal, aus dem Fischreich ausbrechen will. Beispiel. Fische. Es gibt Fische. Natürlich gibt es auch Mutationen durch radioaktive Bestrahlung und so weiter und so weiter. Von denen rede ich nicht. Diese Entstellungen, ja, wie also bei Kontergang, genau, im menschlichen Reich, dann diese fürchterliche Krankheit, diese Pillen, die das verursacht haben und so weiter. Nein, nein, ich rede jetzt von anderen Mutationen. Ich rede von der Monade, die plötzlich, und da sieht man auf Phönix auf den Kanälen im Fernsehen wunderbare Sendungen, meine Lieben. Da zeigen die plötzlich einen Fisch, den hat noch keiner gesehen. Was weiß ich, ein Fisch mit drei Köpfen, einem Fuß unten und oben noch irgendwas. Ja? Nun, sagen manche, oh, das ist von radioaktiven Strahlen. Oder die Verseuchung, Umwelt, Verseuchung des Wassers und so. Das mag auch sein. Aber es gibt Mutationen, die andere Ursachen haben. Nämlich, wo die Monade sagt, mir reicht jetzt diese Hülle, ich will eine andere. Ja? Jetzt, noch etwas. Je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, meine Lieben, und das Buch der Lies geht weit zurück, wie wir wissen, umso niedriger, kann man mal sagen, werden zunächst die Arten. Aber diese Entwicklung verläuft nicht, soll ich sagen, gleichförmig. Ja? Es gab manchmal explosionsartige Vermehrung der einen oder anderen Art, wiederum durch die Monade. Erinnere an Mesozoikum, wenn ich jetzt mal wissenschaftlich, orthodox wissenschaftlich werde, Zeitalter der Reptilien. War eine gewaltige Entwicklung, Riesenkörper, Dinosaurier, ganze Filme wurden gedreht drüber, wenn die nur wüssten, wo die wache Ursache alles, das sind alles Absonderungen des Menschen, die sich dann monadisch vorangetrieben wurden. Ja? Aber schauen wir mal diese Entwicklung uns an. Das war ein Riesenkörper. Und später wurden die immer kleiner. Man könnte sagen, eine Eidechse von heute war so ein Riesenmonster von damals. Ja? Ein Riesenreptil, oder Dinosaurier von damals, Eidechsenförmig vielleicht. Also, da war eine Entwicklung, die dann immer kleiner wurde. Ja? Ja?